Mein Gott ey, neben meiner eigenen Fallgrube, die random nirgendwo steht. Oh man. Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moomoo.io. Es ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile her, dass wir da zusammen reingeschaut haben. Naja, also zumindest ich hab da jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr reingeschaut, um genau zu sein, ein Jahr. Und bin auch sehr gespannt, was sich hier geändert hat. Gut, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so groß den Unterschied sehen, weil ich auch nicht so weit gekommen bin im letzten Mal. Aber, naja, es ist auf jeden Fall ein neues Abenteuer und wir werden mal sehen, was uns hier erwartet. Auf geht's. So, und jetzt starten wir auch sofort in der Wüste. Es gibt ja anscheinend Wüstenbullen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass diese doch ziemlich gemein mir gegenüber sind. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir die auch gleich zum Anfang besiegen. Ich weiß ganz genau, dass du, hehehe, ich wusste es, du kannst bloß mit so einem riesigen Umkehrwinkel dich bewegen. Deswegen, ich weiß zwar nicht wirklich, ob uns das jetzt was bringt, diesen Bullen hier zum Anfang zu besiegen. Aber doch, lieber ihn hier wegrotzen. Oh, das hat mir gerade ein bisschen wehgetan. Aber doch, lieber ihn hier wegrotzen, anstatt dass er später, wenn wir in den Rücken kehren, ähm, ja, dass wir dann seine Hörner hinter Rücks in den Rücken gestochen bekommen. Ja, ne, 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 ne. Oh, fuck, 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 fuck. Das war ein blöder Fehler. Ähm, gut, du hast es immer noch nicht so wirklich. Ja, ja, ach, ich erinnere mich. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Genau, wunderbar. So, und jetzt können wir dich doch hier... Ja, hahaha, genau, das geht immer noch. So, tschüssi. Das hat uns auch gleich ein Level weitergebracht. Also, wir sind jetzt zwei Jahre alt und ich sehe, hier gibt es neue Waffen. Was gibt es denn hier? Ähm, einen Polearm. Okay, Longrange-Millie-Weapon. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn irgendwelche blöden, äh, anderen Spieler versuchen uns anzugreifen. Können wir die doch ein bisschen von uns fernhalten. Oder, ah, zum Beispiel der da. Da sieht man doch sofort... Komm, das nehmen wir mal gleich. Komm her. Ja, 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 es klappt sehr gut. Ich wusste es. Hahaha. Ich weiß zwar nicht so richtig, ob dieser, ähm, Polearm jetzt, ähm, so auf lange Sicht gesehen eine gute Entscheidung war. Aber es hat uns doch jetzt gerade bei der Situation hier geholfen. Ähm, so, ich hole mal ein bisschen Nahrung. Oh, ja, der schlägt wirklich bloß sehr, sehr langsam zu. Ach, Herr Jemine, ich glaube, das war keine gute Idee, wenn wir jetzt einfach bloß ein bisschen für uns selbst sammeln wollen. Na ja, mal schauen, können wir die beiden hier gleichzeitig? Ah ja, sehr gut. Na gut, ähm, was willst du denn jetzt schon wieder? Das ist, ich will doch bloß diesen beiden, äh, Hölzer jetzt hier baggern. Ah, der will es schon wieder probieren. Ich tue dir doch gar nichts. Ah, er ist weg. Er hat sich ausgelockt. Er hat Angst gehabt vor uns. So, jetzt können wir uns entscheiden. Wir sind jetzt auf Level 3, ähm, Keks oder eine Steinwand. Ich nehme den Keks, weil daran kann ich mich erinnern, der ist doch um einiges besser als, äh, die Äpfel, die man verschlingen könnte. Das kostet auch, ähm, 15 Essen. Stellen wir gleich mal ein paar her. Äh, kann ich das irgendwie konsumieren? Wie war denn das? Ach ja, genau, Klick. Klick, sehr gut. So, jetzt haben wir auch ein bisschen, äh, Holz gesammelt. Ähm, wir sind auch Level 4 mittlerweile. Ich kann mich jetzt hier entscheiden zwischen einer Fallgrube und so einem Boostpad. Also, ja, wenn man da rüber geht, dann wird man halt ein bisschen nach vorne, ähm, katapultiert oder beschleunigt. Ich würde persönlich eher diese Pit Trap nehmen, also diese Fallgrube. Einfach nur, wenn wir eine Basis bauen und, ähm, ja, einen Eingang quasi freilassen. Dann können wir vielleicht ein oder zwei Spieler dort, äh, hineinlocken. Äh, und, ähm, wenn wir dann später eine Fernkampfwaffe haben, können wir dieses doch zu unserem Vorteil nutzen und die dann nur zur Ferne abschießen, ohne dass es sich bewegen kann. Deswegen nehme ich mal die, äh, Pit Trap. Das ist definitiv, denke ich mal, erstmal die bessere Entscheidung. Ich weiß, dieses Boostpad ist auch nicht in dem Sinne schlecht, ähm, weil, ähm, man kann damit einen Ausgang in seiner Basis schaffen, wo man quasi nur raus kann. Ist ganz gut, wenn man, wenn die Basis doch mal überrannt wird und man schnell halt, äh, fliehen möchte. Also, die Beine in die Hand nimmt. Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Der ist gespawnt, oder? Komm schon, was? Ach, na gut. Ist ja nichts passiert. Hat bloß, ich hab mich bloß ein bisschen erschrocken. Oh, es gibt jetzt auch einen Wolf. Eieieiei. Also, mit Bullen kam ich ja noch klar, aber Wölfe? Ja, mal schauen. Mal sehen, mal sehen. Vielleicht sind die auch gar nicht so schrecklich. Vielleicht sind die auch Wölfe, die sich domestizieren lassen. Dann haben wir einen kleinen Wauwau. Das bin zweifelig zwar. Aber cool wär's auf jeden Fall. Oh Mann, ey, mir gefällt das immer gar nicht, hier diese, diese, diesen, diesen Fluss zu überqueren, weil die Strömung doch ganz schön nach rechts zieht. Aber eigentlich könnten wir doch hier... Ah, schade, man kann keine Windmühle ins Wasser setzen. Das wär super gewesen, weil... Ich sag's mal so, ähm, diese Windmühle produziert die gesamte Zeit Gold. Und wenn das hier irgendwo im Wasser stehen würde, wo die Leute nur, ja, mit dieser Strömung halt dran vor... Also versuchen wir uns nicht zu überqueren und mit der Strömung nach rechts getrieben werden. Dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn da so mittendrin eine Windmühle ist, dass die Leute sich die Mühe machen und in den Fluss reingehen, ähm, um immer wieder diese Mühle anzuhauen. Aber es klappt ja leider nicht. Deswegen nehmen wir einfach mal diese Windmühle hier und stellen die hier hin. Das kostet auch nur 60, äh, Holz und 20 Stein. Das kann ich relativ schnell wieder reinbekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass, 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 dass das hier niemandem auffällt. Das, das, also, dass es jetzt einfach ganz in Ruhe hier Gold generieren kann. Sehen wir hier unten. Wir wollen auch jetzt gar nicht unsere Basis nehmen. Wir gehen einfach weiter. Also, mein Lieber, es tut mir ja leid, aber ich bin eigentlich bloß hier, um das Holz abzufarmen. Und da kommt auch noch ein Wolf. Also, Leute, das ist nicht meine Schuld, ja. Ihr, 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 ihr wollt euch ja quasi in den Tod stürzen. Oh, cool, hier ist ein neues Level. Können wir dann hier machen. Pizza, Restores, ähm, okay. 30 Leben und andere 50 über 5 Sekunden. Das ist 40 sofort. Turrets, mhm, okay. Plattform. Oh, shit. Das ist alles gut. Blocker, Blocks Building in Radios. Teleporter. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Pizza hört sich eigentlich ziemlich geil an. Besonders, dass, wenn man in einem Kampf ist, ähm, oh, 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 oh. Verzichtig. Alter, nein. Bulle, 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 Bulle. Fucking hell. Na gut, dann tausch mir einfach mal die Seiten. Akzeptier dein Schicksal. Und bye, bye. Sehr gut. Das bringt uns auch fast auf Level 9, aber wir müssen jetzt auch erstmal, ähm, für den letzten zwei Leveln entscheiden. Alter, wie viel Bullen gibt es denn hier? Ist doch nicht zu fassen. Der Turm, den würde ich eigentlich ganz gerne haben, weil ich halt gerade alleine spiele und doch ein bisschen zusätzliche Feuerkraft benötige, wenn ich halt mir eine Basis baue. Mh, die Plattform ist an sich auch geil, weil man eben mit seinem Bogen darüber schießen könnte, über seine eigenen Mauern. Aber, ja, das, äh, das, das, das nehmen wir mal lieber nicht. Healing Pads. Ja gut, wenn wir uns nicht treffen lassen, ähm, ja, wir haben auch genug Nahrung. Da brauchen wir dieses Healing Pad nicht. Der Blocker, ähm, weiß ich nicht so richtig. Ist jetzt neu. Und ein Teleporter. Ja, ein Teleporter ist eigentlich auch ganz geil, weil wenn man doch mal fliehen möchte, wenn die Basis überrannt wird. Mh, aber ich glaube, ich nehme das Turret. Ja, doch, weil ich, weil ich eben doch alleine spiele und ich, ich will meine Basis ein wenigstens verteidigen können. Ein bisschen besser. Power Mill. Generates more Gold. Okay, ich sehe auch gerade, unsere Windmühlen, die wir platziert hatten, sind auch schon wieder weg. Na gut, dann, oh, okay jetzt. Na ja, nehmen wir mal die Windmühle. So, was ist das? Spawn Pad will spawn here when you die, but it will disappear. Ja gut, okay, da können wir uns nicht wirklich aussuchen, was wir haben wollen. Dann nehmen wir das doch. Oh, warum habe ich bloß diese Harpune oder diesen Speer genommen? Es ist ja wirklich so langsam, dieses blöden Stein jetzt hier abzusammeln. Verdammt, ich bin doch nicht mehr so selbstbewusst, wenn es darum geht, einfach bloß Windmühlen hier irgendwo zu platzieren. Weil es dann doch ganz schön wehtun würde, jedes Mal 50 Steine für dieses Wider zu sammeln. Ja, Kaktus, du darfst hier gerne mithämmern. Ist kein Problem. Im Team schreibt er. Ja, okay, klar. Warum nicht? Ja, ja, okay, yeah. Jetzt sind wir cool. Ist das ein blöder Ficker? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich vertraue niemandem bei diesem Spiel. Kaktus, okay, Kaktus werde ich mir merken. Wir kriegen unsere Rache, das entspreche ich euch. Ah, nee, ey. Und ich habe noch gezögert gerade mit diesem. Yeah, lass mal ein Team sein. Von mir aus. Hey, da war ich gerade zu zögerlich. Aber ist ganz gut. So haben wir jetzt wenigstens den Speer wieder weg. Der war dann doch nicht so toll, fand ich. Also, zum Sammeln. Jetzt wieder, um in das Spiel reinzukommen. Oh, fucking hell. Ich glaube, ich sterbe. The Undone. Was, was, was? Willst du mich angrapschen? Was ist dein Problem? Geh weg. Ihhh. Molester. Okay, gut. Der lässt mich in Ruhe. Oh, hier kann ich gleichzeitig. Ja, sehr gut. Ich glaube, den Platz, den Platz nehme ich jetzt mir. Ähm. Weil man ja auch hier relativ schnell Nahrung sammeln kann. So. Der hatte gerade diese Dagger. Real fast short range weapon. Oh, fucking hell. Was ist euer scheiß Problem? Ich tue euch doch gar nichts. Hm. Na gut, probieren wir das nochmal schön. Oh, oh. Kann er hier durch? Nein, der kann nicht durch. Gott sei Dank. Sonst wäre ich jetzt echt am Arsch. Äh. So. Jetzt sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ich habe da jetzt meine kleinen, ähm, Windmühlen einfach so mitten in die Wüste platziert. Ja, soweit ist es gekommen. Ich habe mich jetzt in die Wüste zurückgezogen, weil das ist einfach... Ich werde hier nur angegriffen und getötet. Ich muss hier wirklich erstmal wieder reinkommen, um was zu reißen. Ich kann mich auch nicht die ganze Zeit hier abschlachten lassen. Also mal ganz ehrlich. Deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen in die Wüste verziehen. Ich denke mal nicht, dass hier so viele Leute vorbeikommen. Ähm, ja und sammeln jetzt erstmal hier ein bisschen rauf. Lassen unsere Windmühlen ein bisschen weiter laufen. Das sind jetzt übrigens, ähm, die Faster Woundmill, aber nicht die, die, die richtig krassen, weil ich ja mal wieder getötet wurde. Dafür habe ich mir jetzt aber diese Repeater-Crossbow geholt. Also eine schnelle Armbrust quasi, falls jemand von Weitem angreifen möchte. Alter, ich habe dich gerade... Fuck you. Ganz ehrlich, lass meine Windmühlen in Ruhe. Wo bist du, hä? Naja gut, okay, er ist wieder weg. Na gut, dann lass mir mal in Ruhe. Vielleicht wollte er auch bloß mal seine Grenzen gerade testen. Das macht man ja mal ganz gerne. Gut, also die Theorie, dass hier niemand vorbeikommt, das hat sich, äh, die hat sich jetzt gerade als falsch herausgestellt. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht so viele und so starke sind. Und wenn es starke sind, dann hoffen wir, dass es einfach Leute sind, die sehen, dass wir noch nicht so viel hier haben. Und ja, vielleicht lassen sie uns dann einfach in Ruhe. Okay, ich bräuchte definitiv Holz und ich habe das Gefühl, dass wir einfach kein Holz hier in der Wüste finden werden. Zum Glück ist die Grenze auch gleich um die Ecke. Und hier werden wir sicher ein bisschen Holz finden. Äh, jetzt muss ich bloß meine Windmühlen zurücklassen. Das gefällt mir an sich ganz und gar nicht. Ähm, weil eigentlich wollte ich noch einen Turm dazu stellen. Ja, für einen Turm braucht man eben auch genug Holz und das habe ich eben nicht. Ja, das Gold läuft unten noch. Also ich glaube, ähm, dass die Windmühlen immer noch stehen. Zehn. Ich glaube, das wird weniger gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, 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 oh. Wer vergreift sich an meinen Windmühlen? Okay, keiner hat sich an meinen Windmühlen vergriffen. Stellen wir mal kurz noch so einen Turm hin, damit das auch dabei bleibt. So, hier ist einer. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen blöd gestellt mit dem Kaktus, wenn man sich da halt, äh, vor Schutz suchen kann. Ähm, und einen zweiten kann ich nicht bauen. Großartig, da brauche ich noch 100 Holz für. Aber jetzt steht wenigstens mal einer. Das macht mich ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen beruhigender, als, ähm, als es vorher war. Ja, wir sind jetzt auch schon bei 5000 Gold, da sollte man eigentlich sich auch was kaufen können von. Ich kann mal schauen. Ja, hier, ähm, diese Möbel, ähm, diese, diese, diese Möbelstücke. Nein, diese Kleidungsstücke, die haben auch kleine Effekte. Ähm, hier zum Beispiel Moocab, ähm, das ist, äh, der coolest Moor around. Okay, na gut, ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Polarbeer hat keinen Effekt. Ähm, Cowboy hat no Effekt. Okay, äh, es gibt aber hundertprozentig welche. Da, hier, Soldier Hand. Reduce is damage taken, but slows movement. Das wollen wir nicht haben, weil wenn, dann rennen wir eher weg. Oh, dieser Minus Helmut ist eigentlich gar nicht so schlecht, um jetzt mal ein bisschen Gold zu sammeln. Deswegen nehme ich das nochmal direkt. Buy und equip. So, ähm, jetzt kriegen wir ein Gold mehr pro Ressource, die wir abbauen. Sprich, wir kriegen auch Gold für, ähm, das Holz hier. Oh yeah, jetzt float das Gold. Es float und float. Unsere Windmühlen scheinen auch immer noch, äh, zu funktionieren. Da hat sich noch keiner ran getraut. Ach, Mensch, ihr Wölfe. Äh, wann werdet ihr es eigentlich lernen? Das ist keine gute Idee, ähm, so Jagd auf uns Spieler zu machen. Da werden die bloß dran sterben. Hier, ich wette, der Bulle macht jetzt genau das gleiche. Goddammit. Also, mich stört es ja nicht so hundertprozentig, weil die Dinger doch ganz schön gut Gold geben. Aber es ist doch dann irgendwie ein bisschen lächerlich. Äh, irgendwer hat meine Windmühlen kaputt gemacht. Nein, meine schönen Windmühlen, das kann doch nicht wahr sein. Na gut, sie haben wir dann doch ganz schön lange gehalten. Hm. Ja, und wir haben auch genug Stein und Holz, um eine neue zu bauen. Warst du das? Ich glaub's ja, du dreckiger Pisser. Ach! Shit. Okay, unser Turm steht aber noch anscheinend. Ha, 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 ha. Ach, herrje, Mini. Und da hat er auch schon jemanden gefunden. Wer kommt da näher ran? Ich wette, das ist der Typ. Hm. Okay. Ich würde mir jetzt ganz gerne doch eine kleine Basis hier bauen. Ähm, einfach am Rand der Karte. Ich würde ganz gern diese Kakteen, ähm, zu meinem Vorteil nutzen, dass ich nicht so viel, ähm, Wände brauche. Ähm, so zack. Und, oh fuck, und da kommt auch schon der nächste. Leck mich doch am Arsch. Oh, ich bin so schlecht im Zielen. Verpiss dich. Na gut, er glaubt, ich glaub, er weiß, dass er sich nicht mit uns anlegen sollte. Okay, er kommt wieder. Och, nö. Na gut, okay. Wenn er meine Basis kaputt machen möchte, dann mach ich seine Basis kaputt. Oh, kann ich, kann ich den Wolf hier kaputt machen? Komm mal her. Komm, ich will die Schlangen. Siehst du aus, als würdest du richtig viel Kohle geben. Jo. Komm mal her. Uh. Oh, fucking hell. Wer bist du denn? Ah, fucking hell. Ne, 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 ne. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Willst du mich angreifen? Ja, ja, so. Was willst du jetzt, hä? What? Was? 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 Das kann doch nicht sein. Goddammit. Da hat er wirklich noch eine zweite Fallgrube hingesetzt. Die eine hatte ich ja gesehen, aber die... Goddammit. Mist. Aber gut, das können wir uns merken. Ähm. Das war anscheinend gerade... Ja, er bezeichnet mich noch als Noob. Ja, ich bin ein Noob. Ich gebe es ja gerne zu. Ich will das Spiel jetzt aber auch seit langem das erste Mal wieder. Ach, Herr Jemine. Na, das nervt mich aber jetzt. Guck mal, das macht er schon wieder mit dem gleichen Typ. Äh, mit einem anderen Typ. Das ist so gemein, diese Taktik. Ah, die muss ich mir merken. Wow. Das ist wirklich gemein, wie er spielt. Guckt euch das mal an, Leute. Damn. Ich muss sagen, Respekt, ehrlich gesagt. Wirklich Respekt. Das war... Ja, eine gute Taktik. Goddammit. Gehen wir mal wieder ins Spiel rein. Und wieder von vorne. Ah, nein. Ich habe immer noch meine... Cool. Ich bin zwar wieder Level 1, aber ich habe zumindest noch meine... äh, mein Goldkäppchen. Das ist natürlich gut. Ähm. Ach, shit. Dann hätte ich mir mehr kaufen sollen vorhin. Aber das ist gut zu wissen. Ähm. Dass uns nicht alles abhanden kommt, wenn wir mal sterben. Dass man zumindest die Accessoires behalten kann. So. Jetzt haben wir doch wenigstens wieder ein bisschen Gold und ein bisschen Ressourcen. Jetzt. Oh, nein. Nein, 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 nein. Warum habe ich sowas gesagt? Ah, lass mich in Ruhe. Äh. Ja, schwimmt weiter. Lass mich. Oh, shit, 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 shit. Okay. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn wir sterben. Nein. Komm schon, bitte nicht. Ja, komm. Den Stein kriegen wir. Ah, ha, 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 ha. Fuck. Fuck. ал. Das ist doch nicht zu fassen. Nein. Ich will sterben. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich habe gerade erst die Ressourcen wieder gesammelt. Ich will jetzt nicht an zwei Bullen sterben. Na gut, okay, das wird klar. For fuck's sake, was ist denn jetzt hier los? Mann, ey, das war die ganze Zeit ungefährlich. Auf einmal. Und ich sterbe schon wieder. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Das ist doch einfach zum Kotzen. Mann, no. Das ist doch scheiße. Mann. Und, okay, einmal probieren wir es nur auf einmal. Weil ich will jetzt wenigstens eine kleine Basis bauen. Das kann doch nicht sein. Mann. Aber das ist auch gemein. Ich wurde genau durch die gleiche Scheiße getötet, wie beim letzten Mal. Eine Schaltgrube und dann diese Stacheln dazu. Naja, gut. Das ist halt eine gute Taktik. Irgendwie müssen wir was dagegen tun können. Ich werde jetzt mal diesen Blocker hier nehmen. Falls wir nämlich mal in einem Einzelkampf geraten. Und beide versuchen. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass Kämpfe, Einzelkämpfe jetzt mittlerweile so aussehen, dass sich beide versuchen in eine Fallgrube reinzulocken. Weil das war für mich jedenfalls jedes Mal das Todesurteil. Hm. Sind das hier Steinwände oder Steine? Also ich kriege auf jeden Fall Ressourcen, wenn ich die Art paue. Ich weiß bloß nicht so richtig, ob ich die damit auch kaputt mache. Ja, und da drin scheint auch ein Spieler zu sein. Ich habe nämlich gerade einen Pfeil gesehen. Hier war doch irgendwo... Ach ja. Oh, nee. Nee, nee. Nee, nee. Mit dem will ich denn doch lieber nichts zu tun haben. Der hat mir... Ich will nicht unbedingt mit jemandem kämpfen, der aussieht, als würde er auf Kokain sein. Also habt ihr gerade gesehen? Tut, 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 tut. Oh, shit. Er hat Flügel. Oh, shit. Er hat Flügel. Oh, shit. Er hat Flügel. Okay, diese Fallgrube hat uns jetzt gerade schon gerettet. Oh fucking hell. Fucking hell. Oh fucking hell. Ist das meine Fallgrube? Oh, es ist meine Fallgrube. Hm, witzig. Wie viel kann ich überhaupt platzieren? Oh, noch drei. Okay, alles klar. Drei sind hier noch irgendwo auf dem Feld, bloß ich bin halt absolut nicht in der Nähe und weiß auch nicht, wo die sind. Naja, irgendwer wird da schon reinfallen. Und ich sehe gerade, irgendwer hat unsere einzelne Windmühle kaputt gemacht gerade. Da läuft das Gold nicht mehr. Das ist ja schade. Aber die stand doch ganz schön lange. Hier ist jetzt eigentlich genau 0 von 7. Powermill habe ich auch. Sehr gut. So, aber jetzt. Ich brauche ein bisschen Holz. Äh. Puh. Wie fucking hell. Das gibt es doch einfach nicht. Oh, ich komme nicht darauf klar. Mann. Wer rechnet denn damit, dass neben meiner random platzierten Fallgrube mitten in der Wildnis noch eine andere Fallgrube ist? Äh. Ich war gerade einfach nur verwirrt. Ich wusste gar nicht, was hier abgeht. Ich gebe auf. Vielleicht sollte ich das Spiel noch ein bisschen off-game spielen, damit ich ein bisschen was korrupt kriege. Aber das ist einfach nicht möglich. Mein Gott, ey. Ah. Neben meiner eigenen Fallgrube. Die random im... Nirgendwo steht. Oh Mann. Naja, aber das war es dann auch mit dieser Folge von Mumu.io. War mal schön, mal wieder reinzuschauen. Es hat sich ein bisschen was verändert. Es gibt ein paar neue Accessoires. Es gibt ein paar neue Hüte. Und auch einige neue Objekte. Es macht immer noch Spaß, das Spiel. Aber ich habe das Gefühl, ich bin der absolute Noob. Da laufen einfach Leute rum, die sehr viel mehr auf dem Kasten haben. Und ja, jetzt gerade sehe ich da noch kein Land. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Mumu.io gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einfach ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich war es mal wieder. Euer Lega. Und bis dann. Ich war es mal wieder.